Ich glaube, wenn wir meinen, wir müssen locker spielen, dann haben wir gegen, ich meine noch gegen den Favoriten, also der HSV ist jetzt nochmal rein, guckt man drauf, Größe, Klub, Erwartung, denke ich, aber es macht auch keinen Sinn, jetzt über so Favoritenverhältnisse oder irgendwas zu sprechen, aber gefühlt ist es für uns so, wie wenn der HSV jetzt in diesem Jahr gegen den 1. FC Köln DFB-Pokal spielt und dann muss man auch sagen, der 1. FC Köln dann auch ausschaltet, ich glaube, da war es auch so, dass selbst da diese Kräfteverhältnisse seitens der Kölner so eingestuft worden sind, dass sie sich auf Augenhöhe befinden, jetzt sprechen wir als Zweitligist, der ambitioniert ist, glaube ich, wollen uns nicht vergleichen und auch nicht für eine Höhe mit dem HSV stellen, wir haben unsere eigene Anforderungen an uns, Ich glaube, wie gesagt, wir wollen gar nicht locker spielen, wir wollen schon aggressiv spielen, wir wollen zeigen, dass wir eben halt auch Offensivfußball können, wir wollen uns gut vorbereiten auf den Gegner, auf die Herausforderung und ja, ähnlich wie im Hinspiel, wie ich finde, eben gucken, dass wir ja auch mutigen Auftritt hinlegen und dann wollen wir einfach nur mal das Spiel gewinnen.